Hallo zusammen, heute im Test die Ultra von Alpha Fireworks aus Belgien von Salon Roger. Hierbei handelt es sich um eine kleine F2 Batterie mit deutscher Beschreibung. 20 Schuss, 25 Sekunden Brenndauer, 25 Millimeter und einer NM von nur 228 Gramm. Alpha Fireworks steht immer für sehr hohe Qualität, darum werden die 228 Gramm viel mehr hermachen als man denkt. Alpha Fireworks steht immer für sehr hohe Qualität.